Moin, das sind die Jürgen, das ist die Sachsen der Schuhe an. Moin, das sind klar, das sind Ihnen der Schuhe an. Und zusammen sind mein Portrauf von der Firma Tweetwills. Ungefangen hat die Geschichte des Tweetwills 2013 an einer aller Scheuer, wo mittlerweile man viel abwischt, eine griechische Firmensteine ist. Wir haben in einer Rubrik gestartet, dass wir uns spezialisieren, um Leute hinzufügen, um die Leute an der Firmen zu führen, 400 Jahre Pneuen zu lösen. Für eine Privatperson ist es wie bei den Pneuenhändlern normalerweise Zeit und Geld verbunden. Dadurch, dass wir zur Platz kommen, müssen sie wenigstens einen Zeitaufwand nicht mehr. Für Firmen hat es das Vorteil, dass sie weder Leute freistellen, noch müssen sie auf einen Kabinett einen Tag oder ein paar Stunden verzichten. Wir machen ganz viel mit Social Media. Wir können rausbekommen, dass 80% von unseren Demänden aufruhen, über die wir, alles über Social Media läuft. Wir haben irgendwann versucht, viel Giderin etwas zu machen. Jetzt haben wir eben auch T-Shirts für Frauen. Auf den Körner haben wir dann nur nach kleinen Fernen gesteuert. Buster für die Führung, so dass Giderin an sich bei uns etwas zu finden. Wir gehen mittlerweile wie ganz gefroert von Oldtimer-Treffen bis hin zur Bratterie, bis zur Dürfeste, wo wir das mobile Wohnzimmer herkommen sollen, um das ein bisschen zu weisen. Der mobile Service wird immer mehr gefroert, so dass wir schon umgegangen sind zu planen für nächstes Jahr, ein Kabinett nachzubauen und für das Ganze noch mehr schnell zu liefern, um viel Klientel zu bearbeiten. clel. 3 2 3 4 5 4 5